Oh Dobi, du geile Sauber F*** Mertel Ah! Help! Send Help! Ähm... Very Danks Very Very Danks Very Danks, also Very Danks, Tandale Das freut mich wirklich sehr Ne, ihr müsst immer tanken Es ist zwar kacke als Twitch, aber Dann hilft der Shen mir mehr Wenn er nämlich den Damage komplett tankt, dann denkt er sich so Der f*** dich, denkt er sich dann He sings very f*** you So, ich fang beim Blue an, weil wir jetzt mal was anderes machen Wir machen mal Normalerweise fängt man bei Red an, aber Das ist zu predictable, genau deswegen Fangen wir bei Blue an Könnte sein, dass der komische Humpelmann jetzt hier drin ist Dann wäre ich aber eigentlich schon tot Actually, actually wäre ich dann tot So, und jetzt gehen wir nämlich Botlane ganken 2 Level 2 immer noch, aber let's go Jetzt weiß aber niemand, dass ich Botlane komme Weil ich ein Genie bin Genie Schuss Genie Schuss 2 Genie Schuss 3 Guten Tag, Autotec, 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 Autotec Und jetzt können wir noch ein bisschen pushen Ich helfe, ich helfe nur Er ist sogar mein Doom, ey, guck mal Ich glaube, er muss auch shoppen, deswegen muss ich ihm sogar helfen Actually So, sehr gut Ja, ich habe ein bisschen getagst, aber dafür habe ich ja auch beide Kills bekommen So, was ist mit ihm? Questa, Questa, Questa Questa Wie schlecht ist denn das Gift, bitte? Wie schlecht ist denn das Gift, bitte? Wie schlecht ist denn das Gift, bitte? Wie schlecht ist eigentlich das Gift, bitte? Ich finde es halt schade, dass sie so hart genervt haben. Das war mal stärker. Ja, like what the fucking hell, alter. Like what the fucking hell. 2000 Jahre später. So ein Camp dauert auch 12 Jahre hier zu machen. 12 Jahre exist, macht das hier. Könnte aber nochmal Botlane gehen, actually. Komm mal, Bro. Ein Sekündchen vielleicht. Sekundolo, Sekundolo, Sekundolo. Sekundolo, Sekundolo, Sekundolo. Die haben mich nicht gesehen, haben sie nicht, haben sie nicht. Das ist alles nur geklaut. E-o, e-o. Das ist alles gar nicht da. Na ja. Autotech. Ja, bringt kein Mana mehr. Löt Mana mehr. Da war halt very no damage. Ähm... Ja... Yes. Ich wollte eh shoppen. Die kommt nochmal, ich sag's euch. Aber bis dahin bin ich weg. Na jute, na jute. Der jute Beutel, der jute. Ist natürlich ein bisschen Rocksick hier alles. Jetzt probieren wir nochmal was, ich komm mal, Bro. I'm coming. Können wir sie töten? Wahrscheinlich nicht, aber... Du kannst probieren. Ja, du kannst probieren. Ja, du kannst probieren. Ja, du kannst probieren. Das Gift ist so schlecht. Deswegen wird's eh nicht das. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht ansatzweise. Ja, ich muss ein bisschen den Freeze entgegen lenken, weil sonst der Freeze so hart ist. Deswegen muss ich jetzt hier ein paar Minions nehmen. Das ist sehr wichtig für mich. Auch wenn ich sie nicht bekomme. Du brauchst Adi für das Gift. Ja, man baut aber keine Adi. Send help. Es ist nicht so einfach, wie du dir das vielleicht vorstellst, mein Freund. Der gewaltigen Sonne. It's not as simple as you thinking. So, wir nehmen den. Machen dann schon mal die rote Machete, weil dann burnt es vielleicht auch mal der Damage. Yes. So. Zack, zack. So, wir gehen jetzt gleich Botland und dann rasieren wir um. Das Problem ist, dass Elise grad ein bisschen mir voraus ist. Le Vision, Le Vision, Le Vision. Oh nö, das jetzt. Aber er sieht mich noch nur halb. Naja, ok, ja. Naaa. Naaa. Ja. Ja, eigentlich actually not so bad. Eigentlich actually not so bad. Yes, 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 yes. Ach, das ist ja auch Kindred Support. Stimmt. Ah, ah. Uh, 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 uh. Ja, das ist okay. Very okay. Ja. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre der Jungle, aber das ist halt nur Kindred, alter. Kindred Support. Ich hatte voll den Stift in der Hose. Leute, aber grundsätzlich, wie ist eure Season bisher gelaufen? Die Pre-Season. Die Pre-Season. Nur die Pre-Season. Wenn sie gut gelaufen ist, Plus. Wenn sie bisher nicht so geil gelaufen ist, Minus. Ich weiß nicht, ob das gerade gut ist, was ich hier mache. Das müsste eigentlich stärker sein als er, aber ich habe keine E mehr. Ah, nevermind. Aber ich habe Tanti bekommen. Habe Eisen erreicht, also Plus. Okay. Dieses Game wäre zum Beispiel ein Minus Kubik-Zium. Very Kubik-Zium. Very Kubik-Zium. Ohhhh, Prey! Ohhhh, Leben am Limit, Leute. Leben am, Leben on the Limit. Jaaaa! Jaaaa! Was?! Blut, Gift, mach jetzt! Ah! Ohhhh. 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 Attack Speed ist auf jeden Fall da, das ist gut. Ich glaube, ich habe einen Attack Speed durch zu viel gekauft, kann es sein. Ohhhh. Ohhhh. Nicht schon wieder! Mama Mia, here I go again! Mama. Ich dodge den Charme, Leute, easy Ich dodge den Charme, Leute, easy Okay, aber ich habe Ihren Charme gebetet Und den Tower verteidigt Nein, 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 nein Wieso immer ich? Ich bin unschuldig Na Svenja, Svenja Schuss Svenja, Svenja, Svenja Okay, jetzt ist die Frage, wer stirbt Ich nicht, ich geh nämlich hier weg Later Voll die Kill Delivery, ja Leben am AAAAAAAH Good luck Ja 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 Yes Yes Da, yes Da, Mexikaner Machen wir sie alle zu Much, zu Much a rap Lol What? Leute, ich brauche hier einen Medic auf jeden Fall Ja Das sieht gar nicht so bad aus Ah, ich hab gerade DATATATATATATATATATATAY JA FeUER Freiheit Ah! Drüben, auch bitte! Ah! Ah! Ah, da, 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 da! Ja, okay. Ah, shit. What? Ja, jetzt go! Go! Da, 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 da! Ich will noch mehr! Jetzt schnell weitergehen. Jetzt sind wir im 4 gegen 4, das ist perfekt. Very perfekt. Ja, 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 wir warten auf den richtigen Moment, Leute. Den richtigen Moment, und go! ja er ist quadrupl aus region war das zum zweiten kill hat es ja nicht lange gedauert zu lack ich brauche halt Q irgendwie ja das ist gut, das ist very good ja das ist over yes den mach ich ich take das, entweder ich take ihn oder ich sterbe uff lifestyle ist auch da sieht man, sehr gut sehr gut, ja gg uff war okay hat sich twitch jungle ja doch ausgezahlt oh wir sind level 60, ja hallo hallo solle damage ja war okay war okay na na hallo war 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 war